Hey meine Freunde, wir können sogar jetzt aussuchen, mit wem wir in den Krieg ziehen wollen. Ich nehme jetzt ihn. Koshi ist einfach der Stärkste. Später sollten wir mal überlegen, ob es sich lohnt, Koshi zu opfern. Jetzt haben wir hier 5. Jetzt haben wir hier 20. Jetzt haben wir hier 21. Und den Rest heben wir uns auf. Los geht's, Freunde! Besser Base. Welche haben wir jetzt? Ach, jetzt haben wir die Waffe. Oh, oh. Okay. Okay, 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 okay. Oh, die sind stärker. Oh, Jesus. Okay, okay. Ich glaube, wir brauchen bessere Waffen, Freunde. Wir sind verletzt und krank. Jetzt nicht mehr. Das war's. Toll, wegen ein bisschen Organik. Sick Night Ore. Also, es wird wohl dann Ressourcen geben, die wir nur auf Expedition kriegen. Boah, der hat sich selbst in den Luft geschränkt, oder? So, läuft. Guck mal, hier hatten die Verteidigung aufgebaut. Glaube ich. Würde Sinn machen. Das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus wie ein Cygnus-Aufstab. Hm. Es scheint, es hilft, die Laufung zu der Freien-Trade-Union. Bist du mit der FTU, Max? Natürlich nicht. Alle verletzten Kontrakte sind die Fähigkeit der Cygnus-Enterpriser. Schauen wir uns um, ob wir keine Antworten finden können. Eine broken Pia? Oh, der nächste. Jesus. Oh nein! Oh, der Drecksschüttler! Nein! Geh weg, ey! Oh, wir sind gleich tot. Oh, wir sind gleich tot. Das war knapp. Oh, oh. schon stört endlich was hält er aus endlich was der durchgehalten hat wir haben es geschafft und wir haben es geschafft das war action pur so und jetzt hier noch mal dasselbe und bitte nicht eine energy pistole wir ausprobieren ja aber überleben haben wir da jetzt nicht die haben happiness gekriegt so gut geht es in den geht es so gut ich weiß so gut das essen habe wir müssen jetzt die hier verbessern find anything useful on the busted pia's memory core it appears the missing employees that we are searching for were being hosted in that free trade you why they do that ftu doesn't generally hold mega corporations in high regard an unlikely alliance indeed it was mutually beneficial on account of attacks from the local wildlife those creatures weren't always so aggressive in fact they used to be quite friendly you remember it's amazing what a good night sleep can do for your body also contain coordinates of a secondary sickness enterprises facility perhaps they believed it to be a more defensible position a sickness food plant we kept a ton of creatures in there until those crystals started growing all over them wait what oh man ey it's best we go to the source to learn more wir haben die gefangen gehalten und als futterquelle genommen bis die kristalle auf den gewachsen sind kann man machen ich brauche mehr employees hm 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 ok ich verliere viel energie aber wir haben mittlerweile ein bisschen stamina das ist gut 16 kommen wir ein bisschen weiter ok machen wir schnell die aufträge und dann hier noch ein bisschen energie ja das läuft on fire 177 der stärker gewonnen da brauchen wir noch nix so also davon brauchen wir noch ein paar jetzt brauchen wir ressourcen ne haben wir immer noch nix essen müssen wir eigentlich gar nicht mehr groß machen wir haben noch ein paar früchte und so aber guck mal wir haben noch mehr als genug essen aber guck mal wir haben noch mehr als genug essen die lieben das ich brauche diese crane ich brauche diese crane farmhouse dann haben wir alles gemacht nächster auftrag das brauchen wir wir brauchen jetzt auch ein paar ressourcen müssen wir auch mal drauf achten ok immer nur die hauptquests ah cool der ist very happy den geht es also gut den leuten so schauen wir mal was haben wir denn hier essen essen erledigt erledigt wir sollten jetzt genug haben um mal eine waffe herzustellen ein bisschen stärkes minigun nice was ist das eine power rüstung die will ich haben einen helm dazu will ich auch ok wir haben zwar jetzt keine materialien mehr aber scheiß drauf ja genau wir brauchen mehr stahl stahl müssen wir jetzt sammeln muss doch irgendwo noch stahl sein leu hier das war es ich will auf fahrzeuge ich will safe fahrzeuge ist so viel cooler wenn wir noch fliegen können also müssen wir noch viel entwickeln so jetzt sollten wir hier ja und dort von denen hier stehen können nice entwicklung läuft sollen wir mal gucken ob wir Recycling noch was haben ok die power ist auch ok die läuft jetzt erstmal dann müssen wir nicht so schnell wieder was machen so max so max für Zeit allow max to attempt the fixed equipment gibt uns mehr von denen die brauchen wir beide das nehmen wir es war damals die richtige entscheidung das granulat zu nehmen deswegen sind wir so schnell so weit gekommen ja fast eine power rüstung kriegen wir richtig coole power rüstung jetzt haben wir aber die minigun und die pistole und jetzt gucken wir uns die erstmal an heute 1 4 pilot und müssen wir aufpassen wir müssen pilot ein Die hebe ich mir nur auf. Ding! Der ist von den Skills besser. Für unser Ding, aber der ist besser, glaube ich, für den Kampf. Den nehmen wir mal mit. So, hier machen wir die Laser-Person. Der hat bestimmt viel mehr Power. Guck mal hier, Level 2, ne? Oder hier einfach Level 10. Kann man mal machen. Dann kriegst du jetzt unser... Gewehr. Die Automatik. Und du kriegst... Als Scientist macht das mehr Sinn. So. Ja. Wir holen uns noch ein paar Erze. Geomasse brauchen wir auch. Okay, hat sich erledigt. Wir kamen nicht so weit, wie ich wollte. Hier sind noch mehr Erze. Lassen wir jetzt erstmal. Wir sollen das entwickeln. Wir haben jetzt genug Arbeit. Da können wir noch eine ganze Armee an Leuten reinstecken. Was hast du hier? Ne. Okay, geht weiter. Wir haben jetzt die richtig coolen Waffen. Jetzt holen wir uns Farmhouse-Schema. Ich mag die weniger nett schon. Die sieht cool aus. Bitte state the security code before proceeding. Ähm. Max, do you happen to remember the... Incorrect code. Oh oh. Ja, do something. Okay. Okay. Ewan Herder PAA. Okay, hat geklappt. Lol. Wir können ja auch später dann diese Türme bauen. Das ist ja das, was ich meinte, was ich dann gesehen habe. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich das Ding hier jetzt verteidigen müssen. Kein Sign of your crew, Max. Aber es kann nicht wehren, dass PAA... Das habe ich gesehen im Trailer. Das habe ich im Trailer gesehen. Okay. Please, turn off that noise. Just great. Please state the security code before proceeding. Incorrect code. Incorrect code. Okay, die Lezer Pesson ist nicht so gut. Jesus, die ist gut. Die gefällt mir. Angriff! Wow. War die richtige Entscheidung. Erstmal muss sie aber eislaufen. Keine Chance. Ihr kommt hier nicht durch. Oh, ich muss nachladen. Vielleicht doch. Ach krass, sie hat noch einen Streuschuss. Krass, sie hat noch einen Streuschuss. Ich konnte Schematiken für eine Führungsfassilität mit der Crew-Log. Ach, das war's schon. Okay. Läuft. Aber ich glaube, wir brauchen auf unserer Basis bald auch so Türme, oder? Weswegen hatten wir die alle bewaffnen, die Klone? Noob, no more. Errungenschaft freigeschaltet. Wir sind kein Noobs mehr. Ja! Wir haben unsere neue Rüstung. Jetzt sehen wir so high-tech cool aus. Das Vieh gefällt mir. Ich habe eine Verkaufnahme von der Welt-Map-Terminale herausgefunden. Bitte gehen Sie zu den Händen, um zu verifizieren. Wir werden uns. Wir werden uns. Wir werden uns. Powercore, das hat doch welche in die Produktion gegeben Ah, das ist schon gebaut Okay, nächster Ordnung machen wir das Farmhaus Essen sollten wir noch haben Aber tut ja nicht weh, wenn wir mehr machen Guck mal, jetzt brauchen wir nur minus 5 Das bedeutet, wir haben nichts mehr zum forschen Doch, neue Rüstung Wir haben jetzt neue Waffen Wir haben neue Waffen Aber hier gibt es nichts Neues, ne? Neue Waffen, gucken wir mal, was können wir jetzt machen Was ist das denn? Long Rifle Powergewehr Was wir dafür für Sachen brauchen Ein Frack Launcher Overkill Flammenwerfer Ein Heavy Maschinengewehr Okay, läuft Kann man uns die neue Rüstung angucken Security 9 Gut, jetzt haben wir aber viel in Engineering gesteckt Und Tränen Gas Ja gut, je mehr Fanaten haben, desto besser Ah Mann, ich hätte gerne uns schon die neue Rüstung gegönnt Aber wir müssen noch ein bisschen stärker werden dafür Oder wir investieren uns und machen neue Skills, neue Ability Points Oh ne, ist schon okay Hat er mich erschreckt Wer bist du denn? Halt This base is the property of Cygnus Enterprises Identify yourself Hey, don't shoot I may What are you doing in our base? Huh I should ask you the same Why was the Cygnus Goonst? Well 30 Free Trade Union Colonists went missing I don't suppose your corp had anything to do with Or did you think you could just hop over to loot our stuff? We are perfectly entitled to salvage Would you like to consult the rather substantial list? We don't recognize those claims, droid Okay, that's enough The crew of this base is missing too We know they headed to the FTU outpost at some point The Cygnus crew is missing too? I'm sorry to hear that I'd offer to help But my ship crashed In the jungle My pilot is still there trying to make repairs But we were attacked by alien Crete Veronica could repair the ship If we had just a little bit of Cygnus Enterprises is not a charity organization We have work to do here too So I'm with Pia on this one What's in it for us? If you help save our ship We can work together in locating our missing people In addition We'll We'll stay here for a while And assist you on your Alright Deal I'll transfer the coordinates of our crash Yeah, new Arbeiter I have displayed the location on the world map Freunde Vielen Dank fürs Zusehen Und jetzt holen wir uns neue Arbeiter Ding, ding, ding Bis zur nächsten Folge Liken Ciao Ciao